Das ist alles gut, Schatz. Du darfst an die beiden ran. Du darfst ran, das weißt du doch, aber ganz vorsichtig. Die streitet wieder. Du hast das große Füße dazwischen. Prima. So geht's. Ja, und die Milchleißen darf keiner mehr. Das hat sie ihren Teilen auch erklärt. Das ist alles gut. Posten, vorsichtig. Posten kann aber mit seinen Zähnen um den Kuh gehen. Langsam Posten. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.